Herr Stegner ist für mich mit einer der unsympathischsten Politiker in Deutschland. Selbst wenn dieser Mann lacht, bekomme ich es mit der Angst zu tun, denn sein Lachen ist wirklich... Naja, ich empfinde es wirklich als diabolisch. Es sieht äußerst unfreundlich aus. Und deswegen sollte man hellhörig werden, wenn Herr Stegner über seine Ängste und seine schlechte Laune spricht. Denn eben diese schlechte Laune offenbart er auf fast jedem seiner Fotos. Aber wir wollen wie gesagt fair sein und schauen uns als allererstes den Apollo News Artikel über den Herrn Stegner an.